Hallo zusammen und Willkommen bei Riders of Asgard. Es ist ein Geschicklichkeits-Fahrrad-Spiel, wo wir als kleiner Wikinger durch verdammt schwere Parcours fahren müssen. Das heißt, ich habe nämlich schon das Tutorial gemacht und ich habe saumäßig versagt. Aber umso lustiger wird es jetzt wahrscheinlich, wenn ich das tatsächliche Spiel spiele, weil wir machen jetzt Level 1. Yay! Oh man, ich sehe schon vor mir, ich werde mir alle Knochen brechen. Alle Beine! Los geht's! Und wir machen natürlich ein paar Tricks. Es ist nämlich gar nicht einfach, weil die Steuerung unglaublich kompliziert ist. Ich bin ja überhaupt kein... Aua, sage ich ja. Ich bin überhaupt nicht gut, wenn es um Controller-Spiele geht. Also mit Controller zu spielen. Zumindest nicht bei Spielen, wo es darum geht, schnell die richtigen Tasten zu drücken. Weil ich immer noch nachsehen muss, wo welche Taste ist. Was mache ich da? Drehe ich mal um, so. Okay, reiß dich hier zusammen, Taco. Ha! Nein, das heißt... Achso, ich muss... Da unten ist nämlich Transfer, wie ihr seht. Ich muss den Pfeil dahin zeigen. Unten links sieht man das. Damit er nach geradeaus fährt. So. Und... Speed! Salto! Jawohl! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es hat funktioniert. Das geht sich ja niemals aus. Und... Aua! War jetzt gar nicht so schlecht, finde ich. Okay, wo bin ich jetzt? Bin ich wieder am Start anscheinend? Ha! Salto! Und... Trick! Und weiter! Und... Ähm... Ja, aber... Oh Mann, verdammt! Ich wollte mich gerade umdrehen. So... Oh Mann! Und los! Ja! Und... Nein, du sollst da drüberfahren! Dann nochmal! Komm schon! Ja! Achso, ich habe vergessen, Transfer einzustellen! Aua! Verdammt! Ähm... Das war jetzt voll Absicht, Leute! Natürlich! Mein Fahrrad und ich sind eins! Wir sind wie eine gut geölte Maschine! Jawohl! Komm schon! Jawohl! Jawohl! Ja! Salto! Uh! Okay! Und... Ähm... Irgendein Trick! Ja! Warum auch immer! Den! Das wollte ich jetzt nicht! So! Und... Ja! Achso! Da gibt es Zeit! Verdammt! Oh! Verdammt! Ich weiß ja nicht mal, wo das Ziel ist! Fuuuuh! Spring! Oh! Was war jetzt los? Aua! Bin ich von dem Raben erschlagen worden, der in der Luft gerade irgendwie... Oh Mann! Nochmal! Okay! Ja! Das Spiel geht jetzt übrigens kostenlos! Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe! Oh! Verdammt! Ich bin gerade in einem Kartoffelsack gelandet! Los geht's! Ha! Salto! Und landen! Und... Sprung! Und... Rübe Salto! Und... Landen! Und... Ja! Und... Ähm... Ja! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht! Okay! Und... Ja! Sehr gut! Nein! Was machst du? Nein! Oh fuck! Ich meine, hey! Ich bin ja voll gut und so! Jetzt bin ich wieder da hinten! Doppel Salto! Komm schon! Jawohl! Ja! Und das schaffe ich! Ähm... Was? Achso! Ich dachte... Das ist Looping! Verdammt! Da oben eine Kiste gewesen! Die möchte ich haben! Ja! Ja! Das war jetzt voll gut! Und... Aber... Ich krieg das hin! Ich krieg das hin! Und... Nee! Das geht sich niemals aus! Das geht sich niemals... Oh! Aus! So! Und drüber! Jawohl! Und... Ja! Verdammt! Ich hab vergessen! Dreifach Salto! Das war nicht so schlecht! Komm schon! Ja! Komm schon! Ja! Ah! Oh! Fuck! Mann! Achso! Die Zeit ist um! Deswegen werde ich einfach so durch die Gegend geschleudert! Von unsichtbarer Hand! Nochmal! Ich möchte zumindest mal ein Level schaffen! Ich sollte, glaube ich, mehr Tricks machen! Außer in Saltos! Aber Saltos sind... Oh! Ich wollte ganz sagen, Saltos sind das einfach hier! Mann! Selbst dafür bin ich so schlecht! Oh Mann! Das ist voll unrealistisch! Physikalisch gesehen, meine ich jetzt! Ja! Ha! Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe! Ha! Oh mein Gott! Oh! Fuck! Mann! Ich bin tot! Jetzt bin ich wieder da hinten, okay? Ich möchte aber gerne auf die andere Seite gehen! Eine andere Lane darüber! Ha! Und los! Und? Ja! Und? Ja! Nein! Nein! Ja! Ich meine... Ja! Und... Ja! Oh mein... Ah! Der arme Kleine! Oh Mann! Da ist eine Axt! Da war gerade eine Axt im Vordergrund! Ha! Das kriegt sich nicht aus, okay! Auch mal zurück! Und? Gas! Ha! Oh nein! Oh Mann! Ich will nicht mal den Special Button vollbekommen, weil der macht das so coole Sachen! Jetzt hab ich vergessen! Mann! Oh Mann! Aber das geht sich alles aus hier! Ich krieg das hin! Ha! Und jetzt aber! Komm schon! Oh! Ja! Ne! Das geht sich niemals aus! Ich glaub dafür brauch ich... Okay! Mehr... Skill! Wollte ich jetzt ehrlich sagen! Ha! Ha! Ah! Ach komm schon! Zehn! Acht Sekunden! Das geht sich alles aus! Ich krieg das hin! Ja genau! Ich hab verleert wie mein Fahrrad fährt! Oh Gott! Ja! Doch mal! Los geht's! Kann ich eigentlich? Ja! Okay! Wenn ich in die andere Richtung fahre! Da hin! Los geht's! Hui! Ähm... Ich sollte mal zumindest im Hügel runterkommen! Ich will es echt wissen, was dort ist! Und? Los! Ach da ist! Auch ne Kiste zu holen! Nochmal! Woah! Wie hab ich das geschafft? Ach da komm ich! Ach so! Das wär's voll gut! Wird ich rum? Mann! Ach! Ich darf nicht so viel Zeit verplempern! Los! Ha! Wofür brauch ich Saltos? Ja! Ja! Das war super! Jetzt bin ich wieder mal da! Okay! Mann! Das hätte sich ausgehen müssen! Ja! Und? Jawohl! Und? Ja! 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 Oh verdammt! Ha! Okay! Ich brauche einfach nur Speed! Komm schon! Einfach nur Speed! Ja! Ja! Und? Ja! Fast! Ja! Ich sollte mehr Tricks machen glaube ich! Aber ich will nicht! Weil ich bin grad irgendwie voll in Fahrt! Ne das wollte ich jetzt! Oh Mann! Ich versag wieder mal an derselben Stelle! Ich hasse das Spiel! Nein! Ich nicht! Aber ich find's cool! Aber es ist echt schwer! Ha! Superman! Oh Gott! Ich hab Superman umgebracht! Ähm! Ja! Ja! Genau so! Und? Ja! Superman! Ne das ist kein Superman! Das ist nicht was anderes! Oh Mann! Das ist unmöglich der Sprung! Ah! Los geht's! Yay! 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 Ähm! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht! Dreh ich mal um! Oh Mann! Das war jetzt voll mies! Ich find Musik cool! Aber... Es ist echt schwer! Komm schon! Genau! Und jetzt hier runter! Und Sprung! Und Salto! Das geht sich aus! Oh Mann! Mein Gesicht! Mein wunderschönes Gesicht! Sprung! Und los! Ich glaub ich sollte mehr Schatzkissen... Sammeln! Oh Gott! Übrigens... Hab ich's schon gesagt, dass der Download Link in der Videobeschreibung ist? Falls nicht... Der Download Link ist in der Videobeschreibung! So... Und jetzt? Warum?! Das war jetzt... Da war jetzt nichts! Da war jetzt absolut gar nichts! So... Jetzt aber! Rüber! Und... Rüber! Ich mach jetzt einfach keine Tricks! Ich sollte aber... Ich muss den Special Dings aufladen! Wow! Wow! Okay! Zurückwärtsalto! Jawohl! Und... Ähm... Nein! Wohin springst du? Was machst du? Was ist jetzt? Steh auf! Hallo? Kann ich jetzt so durch die Gegend fahren? Ähm... Ja Freunde! Das ist der eine Trick! Und tschüss! Kennt man doch aus dem BMX- und Skateboardsport! Es ist der Maulwurf! So nennt man den Trick! Der... Gar nichts bringt! Ja! Zehn Sekunden! Ich weiß! Oh Mann! Nochmal beginnen! Los geht's! Ha! Ha! Und weiter! Ja! Was? Nein! Gib Gas! Ha! Das geht sich aus! Jawohl! Ich sollte echt nur Tricks machen, aber... Ich... Ich... Ich freue mich gerade mal, dass ich noch nicht tot bin! Nein! So viel zu dem Thema! Oh Mann! Puh! Okay! Okay! Genau so! Und Sprung! Nein! Das war nicht gut, weil ich da irgendwie... So! Und los! Ja! Komm schon! Komm schon! Ja! Ja! Okay! Sprung! Wow! Wow! Ich hab keine Ahnung woher... Was? Warum? Woran bin ich jetzt grad? Ich hab keine Ahnung woher... Ich hab keine Ahnung woher ich jetzt grad gestorben bin! Yeah! Komm schon! Oh! Nein! Verdammt! Das geht sicher nicht aus! Ich brauch viel mehr Schwung hier! Ich muss unbedingt nochmal zurück! Moment! Ich drehe nochmal um! Höh! Umdrehen! Oh Mann! Du bist so schlecht! So! Ist mir ist egal wenn ich viel kurz fahr! So! Das wollte ich jetzt nicht! Das wollte ich jetzt nicht! Ich wollte das nicht! Ich schwör's! Mann! Fünf Sekunden hab ich das! Das ist so unfair! Geronimo! Nochmal! Aber ich bin schonmal weitergekommen! Das ist gut! Das beweist nämlich dass ich's drauf hab oder so! Das geht sich jetzt nicht aus oder? Nein! Und... Sprung! Oder auch nicht! Oh Mann! Komm schon! Komm schon! Das geht sich aus! Nein! Nein! Oh Mann! Das war jetzt voll mies! Was hat er sich dabei gedacht? Verdammt! Da fehlt mir jetzt der Schwung! Oh! Da fehlt mir jetzt das Leben! Hoppala! Hui! Uah! Uah! Sieht das aus? Dass es sich ausge... Nein! Okay! Ich muss unbedingt schauen dass ich hier mehr Schwung bekomme! Oder auch nicht! So! Nein! Was machst du? Ich hab die falsche Taste gedrückt! Er soll lernen meine Gedanken zu lesen! Oh Mann! Werde eins mit dem Fahrrad Junge! Werde eins mit dem Fahrrad! Werde eins mit dem Fahrrad! Ich sollte... Oh Mann! Nein! Das geht sich doch nicht aus! Nochmal! Ich fang nochmal von vorne an! Das geht sich auch nicht aus! Oh Mann! Oh Mist! Und ein Trick! Jawohl! Und? Ja! Ja! Das war kein Trick! Das ist auch... Das ist ein Trick! Ja! Das ist ganz besonders toll! Der Bodenrammer! Und das ist echt alles! Und das ist nicht alles! Oh Mann! Übrigens, ich spiele gerade mit Controller. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich verliere gerade Gehirnzellen. Da unten ist ein Boot. Nein, du sollst abbrennen. Ja! 21 Sekunden noch. Das geht sich alles aus. Ich habe keinen Stress hier. Mann, hole doch die Kiste. Ja! Oh Mann, ich habe vergessen. Ja, egal. Mann, nochmal. Boah, bin ich jetzt schnell. Jawohl. Ich lebe. Ich lebe nicht mehr. Ähm, nein. Und weiter. Ja, macht keine Tricks, obwohl ich es drücke. Hör auf damit. Mach Tricks. Mach keinen Trick. Ja, genau. Superman! Oh mein Gott, das war viel zu lang. Ich bin viel zu mutig für das Spiel. Ich habe viel zu viel Mut. Als Wikinger braucht man Mut. Als Wikinger braucht man Mut. Fast. Okay. Okay. Einfach nur nicht locker lassen. Ja! Nein, das geht nicht. Wie habe ich das das letzte Mal hinbekommen? Da war ich so gut. Zumindest bei dem einen Sprung. Ich habe keine Ahnung mehr. Trick. Jetzt. Nein, auch nicht. Jetzt aber. Komm schon. Jawohl. Nein! Ich war drüben. Ich war drüben. Mann. Ich war drüben. Jetzt aber. Komm schon. Mann. Ja, ich weiß. Das ist alles. Aua. So. Jetzt aber. Komm schon. Das ist so dämlich. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe nicht mal den ersten Kurs. Das ist so schlimm. Wisst du das, Freunde? Ich werde die Folge an der Stelle beenden. Weil ich bin anscheinend nicht imstande, in das Spiel zu spielen. Das ist voll schlimm. Ich schäme mich. Wenn ihr selber probieren möchtet und einfach mal beweisen möchtet, dass ihr besser seid als ich, was ziemlich leicht ist, dann ladet es euch runter. Der Link ist wie gesagt unter der Videobeschreibung. Und viel Spaß dabei. Ich bin einfach nicht gut darin. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.